Jo Leute, was geht? Willkommen zu meinem allerersten Let's Play und zugleich zu einem Informationsvideo. Also das soll euch kurz nur... Ich will euch nur kurz informieren, was alles auf meinem Kanal geletsplayt wird. Und auf welche Konsolen, ne? Ich bin der Dizamo und ich let'splay also nebenbei auch noch kurz Mario Kart 8. Ja auf jeden Fall, auf der Wii U werden zwei Spiele geletsplayt, wie ihr einmal sehen könnt, Mario Kart 8. Und einmal Super Smash Bros. Darauf freue ich mich auch sehr. Ist ja auch ein cooles Spiel. Ja auf jeden Fall. Und auf der Playstation 4 werden Ghost Recon, äh, geletsplayt. Scheiße, ich hätte die Abkürzung nehmen sollen. Und einmal, äh, also Ghost Recon wird erstmal im nächsten Monat geletsplayt, weil ich es mit einem Freund zusammen let'splayen wollte. Und einmal an Schadet 4, bis jetzt noch nicht mal angespielt, obwohl das mein Lieblingsspiel ist. Ich hatte sehr lange pausiert gehabt mit dem Zocken. Ja, ich habe jetzt Lust bekommen und auch sehr viel Lust darauf zu let'splayen. Schauen wir mal, was draus wird, ne? Ob ich es durchziehen werde oder nicht. Steht in den Sternen geschrieben, aber ich glaube schon, ne? Wie dem auch sei, dann wahrscheinlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich auch Kingdom Hearts 3, auch einer meiner Lieblingsspiele. Toll, Digga. Einer meiner Lieblingsspiele. Wird auch auf jeden Fall wahrscheinlich geletsplayt. Tief auch wahrscheinlich. Ich muss das nur kurz anzocken, um zu sehen, ob es passt oder nicht. Werfen wir da mal scheiß weg, hoffen wir jetzt darauf, dass es keine Münze wird. Oh ja, Obenone geht ja wieder klar, ne? Verdammt, Digga. Ich komme gerade nicht klar. Ah ja, genau. Und Call of Duty habe ich fast vergessen zu erwähnen. Call of Duty wird auch geletsplayt bei mir hier auf dem Kanal. Aber ich versuche es, so gut wie möglich nicht alleine zu let's playen. Also am besten gar keine dieser Spiele alleine zu let's playen. Mal schauen, ob das was draus wird. Ich habe einige Freunde zu überredet. Oh Mann, bitte tröte, 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 tröte. Oh, verdammt, ich scheiße, Digga. Dankeschön, Dankeschön für diesen Scheiß. Dankeschön, mein lieber Hundesohn, Alter. Ja, noch was. Komm, bitte noch was. Noch was, das hat mir nicht gereicht. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn ich jetzt noch was auf die Fresse bekomme. Scheißhunde. Ein Freund von mir würde jetzt sagen Hundino, ne? Scheißhund, Digga. Ah, ich hasse diese Scheißpflanze. Komm schon. Oh Mann, Digga, ja, egal. Oh, verdammt, komm, 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 komm. Ja, zweiter noch. Ja, auf jeden Fall, Leute. Das war's, ich wollte einfach so kurz euch darüber informieren, was auf diesem Kanal los wird. Also, welche Spiele ich let's playen werde, zum Beispiel Mario Kart 8 und Smash Bros. noch mal für die Wii U. Und Ghost Recon, Call of Duty. Und Uncharted 4 sind auf jeden Fall sicher, dass ich die let's playen werde. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch darauf freut, auf die Zukunft mit mir und meinem Kanal. Und hiermit, ich bin der Dizamo und hiermit verabschiede ich mich. Tschüss.